Nun herzlich willkommen zu einem Spezial mit dem Titel, wir haben es hier, der Kaiser als Trading Chance Spring Break in Japan. Da haben wir eine Situation in Japan, die es nicht alle Tage gibt. Was sich dahinter verbirgt, das gibt es gleich zu sehen. Das Bild, was wir hier haben, das soll der kleine Anreiz sein, hier an dieser Stelle auch nach richtig guten Chancen mitzusuchen. Heißt also hier, wir blicken jetzt einmal in die große lange Pause in Japan hinein. An dieser Stelle auch noch wichtig zu erwähnen, der Risikohinweis, bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margen. Der kann zu Verlusten führen. Worum geht es? Ich habe eine Frage erhalten, die ist ganz wichtig gewesen von einem hier, einem Trader aus unserer großen wachsenden Community bei Tickmill. Da lade ich übrigens auch jeden ein, der diese Videos auch schaut. Einfach der Seite hier auf Facebook von Tickmill das Like geben und jeden Morgen auch gute, super Handelsideen geliefert bekommen und das dann zum eigenen Vorteil zu nutzen. Und hier kann man halt auch Fragen stellen, auf die ich gerne mit eingehe. Wir sprechen jetzt also über das Thema Spring Break in Japan. Es ist gut zu wissen, was das ist und dann natürlich die Chancen nutzen, beziehungsweise es gibt, wo Chancen sind, immer auch Risiken. Diese müssen natürlich auch irgendwie kontrolliert werden. So ist es ja im Trading. Die Chancen nutzen, die Risiken kontrollieren. Und das schauen wir uns hier in diesem Zusammenhang sehr, sehr gerne auch an. Und ich lade auch jeden dazu ein, Fragen gerne hinten dran, direkt im Webinar hier zur Beantwortung. Also schauen wir mal. Der Spring Break ist allzeit bekannt unter dem Begriff Japans goldene Woche. Was haben wir hier? Was verbirgt sich dahinter? Das ist hier eine Aneinanderreihung von vier Feiertagen. Wir haben hier den Showa Day, den Constitution Day, den Greenery Day und den Children's Day. Das sind die vier normalen Handelstage. Die haben wir jedes Jahr in Japan. Aber von Zeit zu Zeit passiert es halt, dass das Ganze noch etwas länger geht. Hier nämlich um den sogenannten Accession Day eine Verlängerung. Das heißt hier an dieser Stelle sind es jetzt fünf Feiertage. Und diejenigen, die jetzt hier gut zugehört haben, ja, wir haben hier fünf Tage frei. Aber es bleibt nicht bei diesen fünf Tagen, sondern wir haben ganze zehn Tage frei in Japan. Und zwar in Japan ist es so, dass Brückentage Feiertage sind. Das heißt, wir haben Wochenenden dazwischen und wir haben sozusagen die Feiertage zwischen den Feiertagen. Das heißt, hier haben wir das Wochenende, 27., 28. April. Dann kommt der Showa Day. Dann kommt hier der 1. Mai. Dazwischen ist ein normaler Wochentag. Das ist ein Brückentag, auch Feiertag. Das Ganze hier, also in Fortsetzung zwischen den Feiertagen, haben wir teilweise auch normale Wochentage. Und das sind dann die Brückentage. Und die sind hier in diesem Zusammenhang auch Feiertage in Japan. Und so kommt es, dass wir in diesem Jahr zehn Tage am Stück in Japan keinen Handel haben. Das heißt, die Börsen dort sind geschlossen. Und das birgt natürlich gute Chancen. Das birgt aber auch gewisse Risiken, weil wir natürlich an diesen Tagen eine Menge Händler haben, die am Markt mit fehlen, einfach weil die Börsen in Japan geschlossen sind. Das heißt hier, in diesem Zusammenhang, was ist hier wichtig und gut zu wissen? Nummer eins, ich mache das hier mal drauf. Es gibt während dieser Zeit, während Japan geschlossen hat, natürlich Nachrichten rund um die Welt. Wir haben es vorhin in der Wochenvorausschau auch gesehen. Es gibt zum 1. Mai beispielsweise die US-Notenbank-Sitzung. Es gibt nächste Woche eine ganze Menge Nachrichten, die von der restlichen Welt verarbeitet werden. Von Japan natürlich nicht. Dort ist Feiertag. Das heißt hier, das Ganze wird in irgendeiner Art und Weise auch nachgeholt werden. Dann haben wir dadurch natürlich weniger Liquidität zur Verfügung am Markt. Das heißt hier kann es deutlich höhere Marktschwankungen im FX-Bereich auch geben. Und das kann dann halt auch sehr, sehr starke Auswirkungen auf Yen-Währungspaare haben. Das können wir uns gleich auch nochmal in einem Live-Chart angucken. Wenn wir uns hier beispielsweise mal den US-Dollar, japanischen Yen anschauen. Hier haben wir es. Hier gab es zum Jahreswechsel, seht ihr das hier? An dieser Stelle einen massiven Spike nach unten. Das sind halt wirklich Gefahren, die durch Liquiditätsengpässe entstehen können. Die muss man auch handeln können. Und das ist halt wichtig zu wissen. Wer hier beispielsweise short unterwegs gewesen ist, hat hier Glück gehabt. Wer long unterwegs gewesen ist und irgendwo seinen Stopp hatte und durch diesen Spike extrem ungünstig ausgestoppt wurde, der hat natürlich genau gespürt, welche Risiken sich auch dahinter verbücken. Also hier liegen Chancen und Risiken wie immer sehr eng beieinander. Und deswegen muss man auf solche Ereignisse, solche Events auch immer Rücksicht nehmen und das Ganze für das eigene Portfolio dann auch gerne zum Traden mitbenutzen. Wenn man weiß, wie es geht, hat man hier alle Chancen in der Hand, das Blatt zu seinen Gunsten auch zu wenden. Das heißt, an dieser Stelle wissen wir jetzt, was da kommen kann. Und wir blicken jetzt in den nächsten paar Minuten noch einmal auf die Themen Chancen nutzen bzw. Risiken kontrollieren. Wir fangen hier mal mit dem Risiko an dieser Stelle an. Was sind denn sogenannte Risiken, die wir haben? Wir haben hier das Risiko für sogenannte Nachrichten-Gaps. Das kann immer wieder passieren. Wir haben Wohler-Spikes nach der Pause, wie wir das gerade auch im Währungspaar Yen zum Dollar gesehen haben. Oder aber auch kann es massive Übertreibungen geben. Ich hole das Bild noch mal ganz kurz rüber. Wir hatten also hier diesen massiven Wohler-Spike. Wir hatten hier auch eine deutliche Übertreibung auch nach unten gesehen. Also das sind alles Dinge, die können jetzt auch wieder passieren, rein von der Szenarioplanung. Da muss ein Händler sich natürlich darauf vorbereiten. Das heißt, was kann man denn hier machen? Nummer eins, wer jetzt gerade investiert ist schon, der hat natürlich jetzt hier noch die Möglichkeit, dass Teilgewinne mitgenommen werden. Einfach hier, um nicht zu weit im Risiko sind. Das nächste, was wir hier haben, wer auch noch reingehen möchte, beziehungsweise Positionen mit am Laufmann, dass man ein sogenanntes Positionsmanagement macht. Das heißt, dass man beispielsweise seine Risiken über die Positionsgröße, mit der am Markt gearbeitet wird, kontrolliert. Dass man durch so einen Spike eine Auswirkung im Portfolio hat. Das ist dann ganz klar. Aber wenn man das kontrollieren will, diese Auswirkungen nicht zu groß werden zu lassen, der kann natürlich einfach sagen, okay, dann passe ich das über meine Positionsgröße an. Ein weiterer Punkt, den man hier in diesem Zusammenhang auch machen kann, ist beispielsweise das Hedging mit Gold. Wir haben das gesehen in dieser Phase, wo beispielsweise der Yen so nach unten abgegangen ist. Was ist da im Gold passiert? Wir haben das hier gesehen. Zum Jahresende ist der Preis hier im US-Dollar-Yen deutlich nach unten gelaufen. Was hat das Gold an dieser Stelle gemacht? Ich hole es mal ganz kurz rein. Hier zum Jahreswechsel. Das war hier der Bereich hier. Das hier war der Bereich zum Jahreswechsel. Wenn man sich das mal anschaut, hier der Goldpreis ist in dieser Zeit massiv angestiegen, während die Währung hier in genau der gleichen Zeit massiv nach unten gelaufen ist. Das sind die Dinge, wo man sogenanntes Hedging betreiben kann. Da muss man natürlich sehen, dass das Ganze auch gespielt wird in diesem Sinne, in diesem Rahmen. Aber das ist beispielsweise hier eine Möglichkeit, mit der man seine Position durch eine andere Position mit absichern kann und gewisse Schwankungen aus dem Markt mit rausnehmen können. Und ganz wichtig, wer hier in diesen Marktphasen auch arbeitet, gerade in Phasen, wo man damit rechnen muss, dass es hohe Volatilität gibt oder dass es auch mal einen gewissen Spread gibt, der ungünstig sein kann, an dieser Stelle arbeitet man gerne mit sogenannten Limit Orders. Das heißt, wenn man Long in eine Position sich einstoppen lassen möchte, dass man nicht sagt, ich arbeite hier mit einer klassischen Stop Order. Das ist nämlich in dem Moment so. In dem Moment, in dem die Stop Order ausgelöst wird, wird aus der Order eine Market Order. Und da heißt es halt, zum nächstbesten Preis das Ganze auszuführen. Und da kann es halt in solchen Phasen, wie wir sie hier beschrieben hatten, auch dazu kommen, dass das Ganze teurer wird. Heißt an dieser Stelle, wer da mit einem Limit arbeitet, der kann auch in diesen starken Schwankungsphasen die Risiken minimieren, indem man sagt, wenn ich jetzt an der Stelle reingehen möchte, welchen Preis bin ich denn maximal bereit dafür zu bezahlen? Und das Ganze wird dann mit dem Limit versehen. Und dann ist man sicher, dass man nicht über seinen Preis entsprechend eingestoppt wird, wenn man Long gehen möchte auf der Short-Richtung. Das Ganze selbstverständlich in umgekehrter Art und Weise. Wichtig aber in diesem Zusammenhang mit der Limit Order, bitte das nur im Entry verwenden. Wenn Sie aus der Position aus irgendwelchen Gründen raus müssen, dann dürfen Sie hier nicht mit dem Limit arbeiten, weil dann kommen Sie nicht mehr raus, wenn das Limit nicht greift. Das also hier noch als wichtiger Hinweis zum Risiko, zur Absicherung für eine Position, die im Markt liegt. Schauen wir hier als nächstes mal auf die Chancen. Was haben wir denn für Chancen? Wir haben das ja gesehen im Chart. Wir haben riesengroße Chancen, die Reaktion nach möglichen Kursverwerfungen zu traden. Das heißt, es kann hier zu deutlichen Gegenreaktionen kommen oder aber es kann eine zweite Bewegung in Richtung der ersten Verwerfung kommen. Das haben wir sehr, sehr schön gesehen. Da gehe ich gerne nochmal hier rein. Da können wir auch hier uns das Währungspaar hier gleich auch nochmal nehmen. US-Dollar, Yen. Wir hatten den Spike. Dann gab es den Schub nach oben. Und schauen Sie sich mal an, was hier an Chance hintendran genutzt werden kann. Wir sind schön von unten rausgekommen und sind deutlich, deutlich weit nach oben gelaufen. Das sind doch riesen Chancen, die wir als Trader hier sehen können. Das heißt, wir haben hier momentan zwar eine Situation durch den Spring Break, wo eine ganze Zeit kein Handel da ist. Das birgt Risiken, aber es birgt auch wahnsinnige Chancen, wenn wir uns ein ähnliches Bild wie hier wieder an den Märkten anschauen können in ein paar Tagen. Und das ist doch sehr, sehr schön und interessant zu sehen, was sich daraus verbergen kann. Das heißt, hier an dieser Stelle, was hätte hier passieren können? Hier hätte ganz klar das passieren können, dass der Markt hier nur ein Stück nach oben läuft und dann von oben wieder nach unten reinschiebt. Das heißt, hier hätten wir dann den nächsten Schub nach unten traden können. Das ist aber nicht passiert. Der Markt ist hier schön nach oben getrendet und konnte dann gut dazu genutzt werden, ordentlich Gewinne zu erwirtschaften mit der Gegenbewegung zu diesem ganzen Spiel, was wir hier gesehen haben. Das sind natürlich riesengroße Chancen. Und diese Chancen, die sollten wir als Händler nutzen können. Wichtig ist, wir müssen immer nach Plan traden. Das heißt, wir machen einen Handelsplan und setzen diesen dann um. Das heißt, hier die Markteröffnung, die gibt uns wichtige Marken. Das heißt, wir sehen hier, wo wir eventuell einsteigen können in die Long- oder die Short-Richtung. Wir sehen genau, wo die Absicherungspunkte liegen. Das zeigt uns ja der Markt in dem Moment. Und wir können uns als Händler an genau diesen Marken auch ausrichten. Das heißt, hier zeigt uns das, was am Markt geschieht, wo wir einsteigen können, wo wir uns für das Setup absichern müssen, weil es dann in die Gegenrichtung geht. Das sind wichtige Dinge, die sehen wir. Und unsere Ziele, die können wir auch finden. Entweder wir finden Unterstützungen oder Widerstände im Chart. Wir können mit Fibonacci-Levels arbeiten oder aber auch mit dem sogenannten Measured Move. All das steckt in diesen Wahnsinnschancen drinnen. Das heißt, von der Seite her, wer es gut anpackt, einen vernünftigen Plan hat, ist hier jetzt und heute in der Lage, die Risiken weitestgehend zu kontrollieren und die Chancen definitiv zu nutzen, das Ganze auf seiner Seite mitzuhaben. Das alles hier rund um den großen Spring Break in Japan. Und damit sage ich allen hier viel Erfolg mit diesem Trading. Ich freue mich schon sehr drauf, wenn das Ganze dann wieder vorüber ist und wir die Chancen hier am Markt mitnutzen können. Bis dahin alle gute Trades und bis zum nächsten Mal. Tschüss.